Willkommen zu Camping und Wohnmobil News in Neuheiten. Alle Links, Foren und Produkte auf womo.blog. In der Folge 2 2022 berichten wir euch wieder über aktuelle Zubehör- und Techniktrends, Highlights aus Foren und Facebook-Gruppen und was uns in den letzten Wochen im Internet alles aufgefallen ist. Wir sind mitten im Winter und wahrscheinlich geht es euch genauso. Wir planen schon das Frühjahr und den Sommer, oder? Aber ja, auch der Winter hat doch seinen Reiz. Wir waren gerade im Schnee und dazu mussten wir nicht mal weit, wir sind auf die Wasserkuppe in der Rhön. Vielleicht seid ihr ja auch schon wieder unterwegs. Wir haben für heute einige Themen für euch. Sicheres Trinkwasser, eine geniale Erweiterung im Kastenwagen, ein Immer-Dabei-Werkzeug, richtig schick wird der Omnia, heiß umstritten die Gasprüfung, Verarschung mit der Kreuzwasserwaage, die neue Saison startet, deswegen Routenplanung und Tagebücher online, ein Polizeierfolg dank GPS-Trecker, ein Diebstahlschutz im Selbstbau kommt aus der Tschechischen Republik, nicht nur im Winter wichtig, wie lange reicht das Gas eigentlich und ganz zum Schluss geht es um das Thema Überwinter mit dem Wohnmobil. Ganz wichtig, habt ihr News und Neuheiten für uns, produziert vielleicht selbst etwas oder benutzt ein Gadget, von dem ihr der Meinung seid, dass es auch toll für andere wäre. Dann kontaktiert uns doch, am besten per Mail oder ruft uns einfach an. Nach dem Trailer geht's los. Ultraqua, das UV-LED-Desinfektionsgerät von Ultraqua, hatte ich euch ja schon mal im vergangenen Jahr vorgestellt. Nun ist der Reaktor auch für große Wohnmobile oder besser gesagt für Wohnmobile mit stärkerer Druckpumpe erhältlich. Funktioniert natürlich auch in einer Yacht, dem Tiny House auf der Datscha auf dem Land. Das Ultraqua Compact Duo IQ ist in der Lage, einen Wasserdurchschluss bis zu 18 Litern pro Minute zu behandeln. Das ist mehr als bei den meisten Wohnmobilen durch den Wasserhand fließt. Die Entkeimungsleistung liegt bei 99,999%. Die Wirkung beruht dabei auf rein biologischer Basis. Hier wird keine Chemie beigefügt oder Silberionen oder sonstige Gifte. Das System funktioniert mit UV-Licht. Das ultraviolette Licht trifft auf die im Wasser befindlichen Keime und zerstört deren DNA, sodass diese aktiv werden. Im Gegensatz zu früheren Techniken, wo mit Quecksilberhaltigen Gasentladungslampen mit geringer Lebensdauer und begrenzten Einschaltzyklen gearbeitet wurde, sind die in diesem Gerät verbauten LEDs dank langer Lebensdauer deutlich überlegen. Im Grunde fließt das Wasser hier rein, fließt an der UV-LED vorbei, die Bakterien werden dabei angestrahlt und wenn es hier oben dann rauskommt, sind die Bakterien nicht mehr in der Lage, Krankheiten auszulösen. So simpel wie genial. Dabei ist das Gerät noch äußerst stromsparend. Wir haben ja den kleinen Bruder verbaut. Auch der schaltet sich nur an, wenn die Pumpe eingeschaltet wird. Der Stromverbrauch ist dann in der Benutzung ca. 2,5 Ampere. Die Elektronik hat einen Ruhestrom von unter 0,55 Milliampere. Der Hersteller spricht von 5000 Batteriestunden Lebensdauer. Ihr könnt also, ich habe mal gerechnet, 83 Tage am Stück duschen oder 2,5 Millionen Tassen Kaffee ziehen. Ja, so Pi mal Daumen. Das Gerät ist einfach einzubauen. Ihr müsst wirklich nur in die bestehende Leitung den Kasten integrieren, unten diese handelsüblichen Rohre einstecken, oben kommt es raus, an den Strom anschließen, mit der Pumpe verbinden, sodass der Kasten erkennt, wann die Pumpe läuft. Ist aber alles in der Bedienungsanleitung gut beschrieben. Sinnvollerweise natürlich direkt nach der Druckpumpe und vor den ersten Verteilern einbauen, damit auch überall das gereinigte Wasser ankommt. Funktioniert mit allen handelsüblichen Pumpen. Dabei ist das Gerät auch gegen Trockenlauf geschützt und macht sich durch LEDs und Piepsen bemerkbar, sollte etwas nicht stimmen. Optional gibt es übrigens auch eine Fernanzeige. So kann man das Gerät irgendwo in die Tiefen des Wohnmobils verbauen und hat trotzdem alle Informationen im Blick. Wobei ich sagen muss, bei uns läuft es jetzt eineinhalb Jahre absolut ohne Störung. Kein Piepsen, keine blinkende LED, nix. Eingebaut und läuft seitdem. Der Wunsch nach sauberem Trinkwasser ist ja in den letzten Jahren immer größer geworden. Früher ja, früher haben wir so etwas nie gehabt und sind nie krank geworden. Also, so werden jetzt wieder einige in den Kommentaren schreiben. Ja, das stimmt. Ich habe auch aus Bächen getrunken. Aber heute ist heute und mein Immunsystem möchte ich gar nicht erst mit noch mehr Keimen und Bakterien belasten. Und deswegen finde ich, dass die Wasserentkeibung im Wohnmobil kein Luxus ist. Und ganz wichtig ist mir, dass das ganz ohne Chemie oder Silberionen funktioniert, die ja auch Jahr für Jahr richtig Geld kosten. So ein Gerät ist in der Anschaffung ein ganzes Stück mehr, aber hat dann keine Folgekosten. Somit relativiert sich der Preis für ein Ultraqua. Den kleinen Ultraqua, den wir auch schon im letzten Jahr vorgestellt haben, der kostet 479 Euro. Den neuen, großen hier mit bis zu 18 Litern pro Minute bekommt ihr ab 1299 Euro. Ultraqua UV-LED Frischwasser-Desinfektionsgerät. Link wie immer auf womo.blog oder unten im Text. Es gibt Dinge und Geschichten, die mich immer wieder begeistern. Jetzt habe ich ein Produkt für euch, das uns aufgrund meines monatlichen Aufrufs genannt wurde. Hier hat sich die Erfinderin selbst gemeldet und ich finde die Story dahinter so klasse, dass ich es euch gleich am Anfang präsentieren will. Wenn ihr Kastenwagenfahrer seid, dann habt ihr vielleicht auch ein kleines Bad mit einem kleinen Waschbecken. Da kommt es dann auf jeden Zentimeter an und die Hersteller sparen, wo es nur geht. Aber selten denkt da ein Entwickler auch an die Benutzer. Deswegen hat Annette Siegle einen Waschbeckenaufsatz, also eine Erweiterung für das Waschbecken im Van entwickelt. Funktioniert bei allen Knaus-Waschbecken, Weinsberg, Van-Türe und so weiter, wo ein sogenanntes Kompaktbad drin ist. Kostet 69,90 Euro in Glanz, 74,90 Euro in Matt, zuzüglich versandt. Internetseite www.perfekt-van.de Das Teil wird auf das bestehende Waschbecken aufgesetzt und verlängert somit die Ablauffläche. Beim Händewaschen, Zähneputzen und so weiter spritzt man dann nicht mehr irgendwo den Boden voll. Annette sagt, dass man sogar mit kurzen Haaren seine Haare über dem Waschbecken waschen kann. Dazu kann man die Waschbeckenerweiterung arretieren, wenn man das will. Es gibt viele, die arretieren die Erweiterung gar nicht, stecken es also nur auf und bei Nichtgebrauch oder während der Fahrt wird es anschließend weggeräumt. Soweit das Waschbecken. Aber was mich am meisten begeistert. Als ich mit der sympathischen Annette telefonierte und ich sie fragte, ob sie so etwas beruflich macht, verneinte sie das. Aber es macht ihr Spaß, etwas zu entwickeln und sie kenne viele Menschen, die sie dann zusammenbringt, bis so ein Teil entsteht. Ja klar, ist ja ganz einfach. Macht doch jeder so, oder? Ich finde es genial. Dann erzählt sie noch über Tiefziehen und Materialien und wie unterschiedlich matt und klang sind und ich denke die ganze Zeit, wieso kann sie sowas? Einfach klasse. Nur will Annette sich nicht mit fremden Federn schmücken und betont immer wieder, dass ihr viel in Foren geholfen wurde und ihre Ideen so nur besser werden konnten. Also dann mal danke an all die Foren in dieser Welt und die Geschichte ist ja noch nicht zu Ende. Annette arbeitet schon an weiteren Ideen und auch für andere Bäder ist sowas von möglich. Andere Typen wie La Strada, Pössl oder andere mobile und Hersteller sind sogar schon angedacht, aber nicht umgesetzt. Denn sie braucht rund 200 Personen pro Typ, damit sich das rechnet. Also wenn ihr einen Knaus, Weinsberg oder Ventura habt, dann gibt es nun eine Waschbeckenerweiterung für euch. Preis 9,90 in Glanz 74,90 matt. Und solltet ihr einen anderen Typ haben, dann setzt euch doch mit Annette in Verbindung, vielleicht ergibt es sich ja, dass genügend zusammenkommen und auf diesem Weg ein neuer Typ entsteht. Vielen Dank Annette, Link im Text oder auf WOMO-Blog. Jetzt schieben wir mal eine schnelle Produktempfehlung rein. Ich bin ja bekanntlich ein großer Fan von gutem Werkzeug, wobei es dann auch etwas mehr kosten darf. Aber dafür muss es dann auch richtig wertig sein und deswegen habe ich mich in diesen Schraubenzieher verliebt. Nein, ich werde nicht von VERA gesponsert. Ich mag das Teil einfach und ich finde es perfekt für das Wohnmobil. Dieser Schraubenzieher hat es nämlich im Sinne des Wortes in sich. Nicht nur, dass er wirklich gut in der Hand liegt, nein, man kann ihn auch verlängern. Und dieses kleine Teil, Klinge genannt, kann man herausnehmen und am Akkuschrauber und so weiter benutzen. Der Bit-Halter ist richtig wertig und das Beste aber ist die kleine Taste hier hinten an der Rückseite. Klick und schon öffnet sich das Magazin für die Schraubenzieher. Hier stecken eine Reihe von Bits und ich habe sie zum Teil ausgetauscht gegen Bits, die ich im Wohnmobil halt häufiger benutze. Also den dicken Torx raus und einen kleinen Schraubenzieher dazu rein, ja wie auch immer. VERA Kraftform, kompakt heißt das Teil, gibt es mittlerweile auch als noch kürzere Version, aber als Grobmotoriker ist das für mich genau die richtige Größe. Ich will euch das jetzt nicht verkaufen, sondern einfach nur mal zeigen, weil ich es ja selbst genial finde. Es gibt das Teil übrigens auch ohne Magazin, dafür mit so einer Ratsche. Das war mir aber nicht so wichtig. Ich finde das Teil ist perfekt fürs Wohnmobil und ergänzt nun meinen Werkzeugkasten von Gedore. Ich habe mir das Teil im Übrigen zum Geburtstag gewünscht, da bekommt man dann etwas richtig Nützliches geschenkt. Wir haben nur so als Tipp, falls euch nie was einfällt, was ihr euch schenken lassen könnt, wenn ihr gefragt werdet. Link im Text oder auf womo.blog. Und an der Stelle einmal der Hinweis, dass wir Geld verdienen, wenn ihr über unsere Links Produkte kauft. Für euch sind die Produkte damit nicht teurer, aber auf diese Weise unterstützt ihr unseren Blog und wir werden natürlich super reich damit. Ist nicht bei allen Links so, aber regelmäßig die von Amazon. Vielen Dank dafür. Jetzt wird es stylisch. Das hier ist die Omnia Tasche von Martina Schick. Martina hat uns in der Facebook Gruppe 4 Reifen und ein Klo mit ihren großartigen Design Taschen zum Omnia Backofen begeistert. Und ich freue mich jetzt wie ein Schnitzel, dass wir nun auch so ein schönes Teil haben. Die Taschen kosten 32,50 Euro und in sie passt der Omnia nicht nur perfekt hinein, er ist auch noch gut geschützt und es klappert nichts mehr. Martina hat ständig neue Designs. Schaut euch mal auf ihrer Internetseite um. Das ändert sich immer wieder. Die Taschen sind handgemacht und jede ist ein Einzelstück. Sie verwendet natürlich öfter mal die gleiche Stoffe, aber dann ist der Deckel anders, der Griff ist anders. Einige Taschen sind oben mit Beschriftung, wie zum Beispiel hier Omnia Kombüse. Und eine Tasche gibt es mittlerweile auch für den Maxi Omnia. Das ist also auch schon im Programm. Da passt dann der normale Omnia inklusive Deckel, einem Brötchengitter, zwei Silikonformen und die neue Maxi Form rein. Die Taschen haben übrigens zwei Zipper, sodass man sie von beiden Seiten gut öffnen kann. Der Tragegriff ist perfekt. Bei dem schwarzen Originalbeutel war es ja immer schwierig alles zu verstauen, ohne dass es abkippt und irgendwo klappert im Schrank. Deshalb ist diese Tasche von oben gut zu beladen. Und der Reißverschluss ist komplett umlaufend. Ja, einfach gut. Manchmal gibt es bei ihr auch Taschen aus Segeltuch. Da verwendet Martina ausgediente Segel, sozusagen Upcycling. So ein Segeltuch kann da natürlich auch mal Gebrauchsspuren haben. Es sind halt echte gebrauchte Segel, aber das macht doch dann den Charme aus. Denn diese Segel haben schon viel erlebt. Na ja, ihr denkt schon, Martina Schick kommt von der Küste und da bietet sich Segeln halt an. Aufgepasst! Mit dem Codewort womo.blog bekommt ihr 10% Rabatt bis zum 31.03.22. Das Codewort unbedingt bei der Bestellung im Gutscheinfeld eingeben. Der Rabatt gilt ihm übrigens für alle Produkte im Online-Shop, nicht nur für diese Tasche. Also schaut mal auf der Internetseite, es gibt noch ganz andere spannende Produkte bei ihr nette. Link im Text und natürlich auf womoblog. Gasprüfung. Den Aufreger im Dezember habe wohl ich selber verursacht. Na ja, eigentlich ja der Gesetzgeber. Die Gasprüfung wird für die Hauptuntersuchung nicht mehr benötigt. Also bei der HU oder beim TÜV. Mein Artikel, in dem ich mich ziemlich geärgert hatte, hat große Wellen geschlagen. Vielleicht bin ich etwas übers Ziel hinausgeraten. Deswegen noch ein paar Sätze dazu. Erst einmal. So eine Gasprüfung finden wir grundsätzlich wichtig. Sie zeigt auch dem Laien, ob irgendetwas im Argen ist. Deswegen sollte man regelmäßig seine Anlage checken lassen. Nun ist es aber so, dass offenbar der Gesetzgeber die regelmäßig benutzten Geräte zur Prüfung als nicht geeignet ansieht. Und deswegen wurde im ersten Schritt die Gasprüfung bei der HU ausgesetzt. Und genau hier setzt doch meine Kritik an. Spätestens jetzt hätte sich meines Erachtens das Prüfverfahren doch ändern müssen. Wenn sogar der Gesetzgeber sagt, nö, so nicht. Aber nein, die Prüfenden und die dahinterstehenden Verbände arbeiten meines Wissens bis heute nach den gleichen Verfahren. Und dafür bezahlen wir Camper weiterhin. Und dann auch noch ganz unterschiedliche Preise. Von 40 Euro bis deutlich über 100 Euro haben mir Leser berichtet. Jetzt muss man wissen, dass im Hintergrund zwischen verschiedenen Verbänden Gerichtsverfahren laufen, die in vielerlei Hinsicht uns Camper treffen werden, aber für einen Laien völlig undurchsichtig sind. Fakt ist, dass nun die Gasprüfung für die HU komplett gestrichen wurde und es in der Zukunft etwas Neues geben soll. Wann? fragt ihr? Das steht nicht im Gesetzestext. Im neuesten, überall vom Gasverband verbreiteten Werbeartikel wird der 1.4.2022 genannt. Wobei der Gesetzgeber davon gar nichts sagt. Im Gegenteil. Ich zitiere. Es wird um Verständnis gebeten, dass das Bundesministerium für Digitales und Verkehr, BMDV, keine Auskunft zur zukünftigen Verordnungsvergaben geben kann, deren konkrete Inhalte weder abgestimmt noch wozu ein Entwurf besteht oder veröffentlicht wurde. Der Zusatz, weder abgestimmt sind noch wozu ein Entwurf besteht oder veröffentlicht wurde, sagt doch eigentlich alles. Ich bin sehr gespannt, ob überhaupt etwas kommt und wann und was da dann kommt und sich ändert. Erstaunt hat mich der Kommentar eines österreichischen Prüfers, der nicht versteht, warum wir in Deutschland noch mit Handpumpe und Manometer prüfen. In Österreich gibt es Geräte, die die Prüfung auch EDV-gestutzt dokumentieren. Okay, vielleicht ist der Preis von 2000 Euro für so ein Gerät dem einen oder anderen Prüfer zu hoch. Aber auch bei uns auf dem Markt gibt es schon solche modernen Prüfgeräte. Sogar bei Camping Wagner habe ich als Laie ein solches Gerät von der Firma GOG gefunden. Ein Fachmann bestätigte mir, dass das Gerät alles mitbringt, was man für eine moderne Gasprüfung braucht. Was machen wir jetzt? Also mit diesem Gaskrieg der Verbände, fragt ihr. Also liebe Camper, lasst zu eurer eigenen Sicherheit, auch wenn es nicht mehr gesetzlich gefordert wird, doch eure Gasanlage prüfen. Das darf dann ruhig etwas kosten, aber dann fordert doch bitte nach modernen Standards und Methoden, die anerkannt sind. Ich denke, das darf man als zahlender Verbraucher durchaus einfordern. Und vom Gesetzgeber wünsche ich mir an dieser Stelle endlich Klarheit. Am liebsten mit Regeln, die dann auch europaweit anerkannt und gültig sind. Witzig an der Stelle fand ich die Mitteilen mehrerer Gas- und Wasserinstallateure, die auch ihren Hut in den Ring warfen. Sie hätten das schließlich als Meister gelernt und warum wird eigentlich nicht die Gasanlage vom Gasinstallateur geprüft? Schließlich ist er im Haus dafür doch auch verantwortlich. Ich finde, das ist ein interessanter Ansatz. Ich bin sehr gespannt, wie es weitergeht. Nehmen wir aber an, dass wir noch eine ganze Zeit lang mit dem Thema uns beschäftigen dürfen, denn einiges davon wird wohl erst vor Gericht geklärt werden müssen. Sehr spannend, also Link zu den beiden Artikeln im Text oder auf Womo-Blog. Ihr wisst schon. Kreuzwasserwaage. Ihr kennt diese kleinen Wasserwagen, gibt es im Baumarkt für 2-3 Euro. Im Campingbedarf kosten sie durchaus schon mal das Doppelte. Zuletzt hatten wir euch die Womo-Waba und Steady-Camp vorgestellt, die aufgrund ihres Gehäuses zumindest tatsächlich ein genaueres Ausrichten erlauben. Jetzt hat mich aber ein Start-up angeschrieben und sorry, so langsam denke ich, dass wir Camper für die blödesten und zahlungswilligsten Zeitgenossen gehalten werden. Dieses Start-up bietet eine völlig neue Kreuzwasserwaage an, sieht aber genauso aus, wie diese hier aus dem Baumarkt. Sie sei viel genauer wie alle anderen und als Besonderheit hat das eine Modell sogar ein Magnet an der Rückseite. Auf Amazon kostet sie dann gleich das 3-5-fache. Entschuldigung, diese kleinen Wasserwagen können bauartbedingt nicht genau sein und spätestens, wenn an irgendeiner Kante ein Krümel unter der Seite liegt, wirkt sich das aufgrund der Größe über das ganze Fahrzeug deutlich aus. Um grob zu schätzen, sind die Teile okay, aber mehr Geld dafür als die billigen bei Amazon und Co. braucht ihr wirklich nicht ausgeben. Aber wir Camper gelten mittlerweile als reich und da kann man es ja mal versuchen. Zu reich passt im Übrigen auch die nächste Geschichte. Ich muss gerade mal wieder den Kohlefilter an unserer Sog austauschen. Ihr kennt doch die Sog, oder? Angebracht an die Toilette saugt die die Luft vom Klogang aus der Kassette raus. Auf der Außenseite gibt es dann diesen kleinen Kohlefilter, der die Gerüche eliminiert. Vor Corona hat der Filter 9,95 Euro gekostet. Das weiß ich, weil ich ein paar Jahre zuvor mehrere noch für unter 9 Euro gekauft hatte und mich ärgerte, fast 10 Euro bezahlen zu müssen. Geht doch heute mal in Amazon und schaut, was heute dafür verlangt wird. 17,30 Euro. Mitte letzten Jahres hatte ich mich schon geärgert, denn da hatte ich einen vor dem Urlaub gekauft. Was ich euch damit sagen will, nicht nur die Kastenwagen, Wohnmobil und Wohnwagen sind teurer geworden, sondern auch bei den Verbrauchsgütern, bei Toilettenzusätzen und Reinigungsmitteln wird unglaublich erhöht. Ich bezweifle, dass das bei den Herstellern passiert, aber der ein oder andere Händler melkt uns gerade gehörig. Deswegen unbedingt Preise vergleichen. Bei Camping Wagner kostet der Filter übrigens 12,95 Euro. An dieser Stelle der Hinweis, denkt dran, vor der nächsten Saison eure Filter zu wechseln. Link zum Camping Wagner findet ihr im Text oder auf Womo-Blog. Wie plant ihr zu Hause eure Roadtrips und eure Touren? Ich habe mir dafür Polar Steps, Free on Tour und My Maps von Google angeschaut. Alle drei haben Vor- und Nachteile. My Maps war für mich bislang immer erste Wahl, da es ein wenig wie Google Maps funktioniert, dafür aber auch Sehenswürdigkeiten, Orte, Stellplätze und so weiter anzeigen kann. Noch dazu sucht es sich gleich die Fahrstrecke, wie man es in Google Maps gewohnt ist. Feine Sache lässt sich speichern und sogar teilen. Gerade bei der Planung vor dem Urlaub von zu Hause aus ist das perfekt. Im ersten Schritt wähle ich alle Sehenswürdigkeiten und verbinde dann die mit der Strecke. Strecke, so erkennt man auch schnell, was geht und was nicht. Manche Sehenswürdigkeiten bleiben dann halt unbesehen. Zum Schluss suche ich Übernachtungsplätze und baue die dann auch wieder in die Karte ein. Nach dem Urlaub oder auch mittendrin passe ich dann die Planung und die tatsächliche Tour an. Free on Tour ist ähnlich und doch anders. Klasse ist, dass es eine Smartphone-App gibt, die viele Einträge erleichtert. Zum Planen lässt sich in normaler Google Maps Manier die Zielpunkte zusammenstellen. Dazu kann man dann Bilder und Texte packen und die Strecke festlegen. Wenn wir noch nicht genau wissen, wohin es gehen soll, ist das sehr hilfreich. Es ist dann quasi so eine kleine Datenbank. Auf der Reise kann man hier jeden einzelnen Tag perfekt abbilden. Mit Anfangen, Sehenswürdigkeiten, unterwegs, Stellplätzen und so weiter. Alles per GPS gedreckt und später vielleicht mit Bildern und Texten versehen. Bekommt man ein gutes Tagebuch. Ein paar Knackpunkte gibt es auch. So ist die Bedienung nicht immer stimmig und gerade Bilder auf dem Smartphone zu finden, die in verschiedenen eigenen Ordnern sind. So ist es bei mir. Das ist manchmal langwierig. Am Ende lässt sich die Tour teilen, zeigen und immer wieder nacherleben. Und das nicht nur am Handy, sondern auch an jedem Browser am Computer. Sehr cool ist die Möglichkeit, das Ganze als GPX-Datei runterzuladen. Und in entsprechenden Navigationsgeräten kann man das dann speichern und quasi später nachfahren. Ihr könnt in der Suchmaschine von Free und Tour auch von Fremden öffentliche Routen anschauen und dann quasi daraus eure eigene Route machen. Free und Tour gehört übrigens zur Hümergruppe. Das ist für mich schon mal ein Qualitätsmerkmal. Warum kommen wir gleich dazu? PolarSteps geht einen ähnlichen Weg, aber weniger als Routenplaner. PolarSteps ist ein Reisetagebuch mit Schwerpunkt auf Bilder und Videos. Gibt es auch als App. Dazu lässt sich dann auch eine ganze Tour trecken. Gerade beim Wandern und Biken ist das hervorragend. Die Darstellung ist am Handy, Tablet und am ganz großen Computerbildschirm sehr ansprechend. PolarSteps kommt halt aus dem Fotografenbereich und bietet am Ende die Möglichkeit, aus seiner Tour direkt ein Fotobuch zu erstellen. Das Trecken der Route geht zwar, aber als echter Routenplaner ist das System nicht zu gebrauchen. Zumindest habe ich bislang keine Möglichkeit dazu entdeckt. Dafür ist es als Planungstool im Vorfeld oder aber auch hinterher zum Archivieren der Erlebnisse und Bilder sehr gut zu gebrauchen. Nachteil aller Systeme Wird irgendwann einmal das System eingestellt, gelöscht oder abgekündigt, sind alle Informationen weg. Bei MyMaps von Google speichert ihr zumindest die Route in eurem eigenen Google Drive. Die Daten sind so zumindest gesichert. Bei den anderen geht nur Drucken als PDF aufheben oder wie auch immer. Zumindest die GPS-Daten lassen sich bei Free on Tour sichern. Was machen wir? Die Planung in Google Maps, alle Sehenswürdigkeiten im Vorfeld, sichern wir dann und die Route wird da drin geplant. Das Ganze dann in MyMaps übertragen, aber nachdem unser Blogger-Kollege Nanukwomo-Blog so positiv darüber berichtet hat, wollen wir beim nächsten Mal gleich mit Free on Tour planen. Während der Tour schwanke ich zwischen PolarSteps und Free on Tour. Besser gefällt mir die Darstellung und Bedienung von PolarSteps. Die Datenhoheit bei Hymer hat aber jetzt den Ausschlag gegeben, dass wir das auch mit Free on Tour probieren werden. Alle Links im Text oder auf Womo-Blog. Da seht ihr dann auch ein paar Screenshots dazu. Jetzt habe ich eine Diebstahl-Schutz- und GPX-Tracker-Erfolgsgeschichte für euch. Wieder einmal eine Geschichte, die mich in der Meinung bestärkt hat und deswegen mein Rat an euch. Baut euch solche Trecker ein. Einen oder mehrere in eure Campingfahrzeuge. Die Story. Hamburg. Tatzeit 5.01.2022. 21.27. Tatort Hamburg-Neustadt-Venusberg. Venusberg. Polizeibeamte konnten gestern Abend einen Tatverdächtigen in Hamburg-Neustadt-Vorleugefick festnehmen, der im Verdacht steht, ein Wohnmobil gestohlen zu haben. Ein Zeuge beobachtete am Mittwochabend, wie eine Person in der Straße Venusberg mit einem Wohnmobil beim Ausparken gegen ein weiteres Wohnmobil stieß und sich anschließend unerlaubt vom Unfallort entfernte. Der Zeuge alarmierte die Polizei und teilte dabei auch das Kennzeichen des flüchtigen Wohnmobils mit. Kurz darauf meldete sich der Besitzer des flüchtigen Wohnmobils. Dieser hatte eine Alarmmeldung seines Überwachungsgerätes erhalten und wollte den Diebstahl seines Wohnmobils melden. Er gab fortlaufend Standortmeldungen über den aktuellen Aufenthaltsort des Wohnmobils. Im Rahmen der anschließenden Fahndung mit acht Funkstreifenwagen konnte das Wohnmobil auf der Autobahn 255 durch Polizeibeamte gesichtet werden. Der Fahrer reagierte zunächst nicht. Als das Wohnmobil kurz darauf an der Anschlussstelle Harburg die Autobahn verließ, konnte es durch mehrere Funkstreifen des PK14 gestoppt werden. Der Fahrer, ein 33-jähriger Pole, wurde anschließend vorläufig festgenommen und durch Ermittler des Kriminaldauerdienstes dem Haftrichter zugeführt. Was lernen wir daraus? Nicht jeder Dieb hat einen Jammer zum Stören von GPS-Trackern dabei und manchmal können die GPS-Tracker trotz solcher Technik ihren Standort übermitteln. Wir haben eine Wipro 3 mit GPS-Tracker, dazu einen ProTelis und noch einen einfachen SMS-Tracker. Was ich noch suche, ist ein Tracker, der jeden Tag nur ein einziges Mal aufwacht, sich ins Netz einloggt und seinen Standort mitteilt. Der dürfte dann auch nicht zu Orten sein. Kennt ihr so ein Gerät? Dann schreibt mir doch mal eine Mail. Ich bin wirklich schon länger auf der Suche danach. Womit wir zum Selbstbau kommen. Aus der Tschechischen Republik hat sich Petr Burget gemeldet. Er hat sich einen ganz einfachen, aber effizienten Diebstahlschutz gebaut. Dazu bohrt er mit einem langen Bohrer einfach die Abdeckung der Fahrer- und Beifahrertür durch und steckt in dieses Loch einen langen Stahlbolzen. So kann die Tür nicht mehr von außen einfach geöffnet werden. Klar, habe ich Petr gefragt, ob man nicht mit viel Gewalt die komplette Verkleidung abreißen kann. Hat er bestätigt, aber dann muss man schon sehr festziehen, sagt er. Er meint, da reißt man eher den Türgriff ab. Auf jeden Fall wird der Dieb zeitlich ausgebremst und das ist doch schon mal wichtig. Und leise und unauffällig wird das auch nicht abgehen. Wichtig für die, die im Wohnmobil schlafen. Finde ich eine super Idee. Danke, Petr, für dein Engagement und deine nette Mail. Grüße nach Tschechien. Aus den Foren habe ich noch ein nettes Thema. Gerade jetzt im Winter wichtig. Im Reisemobilforum diskutiert man darüber, wie lange man mit einer 11-Kilo-Gasflasche im Winter kommt. Gasflasche, 11 Kilo, nach vier Tagen leer. Amüsant zu lesen und wenn ihr Lust habt, könnt ihr mitdiskutieren. Wir haben dazu auf Womoblock einmal eine Tabelle mit den Gasverbrauchern zusammengestellt. Im Sommer, im kalten Sommer und im Winter könnt ihr mit dieser Tabelle eure eigenen Verbräuche kalkulieren. Und das gibt am Ende ein gutes Gefühl. Denn sparen muss man mit Gas nicht, wenn man den eigenen Verbrauch kennt. Aus Erfahrung können wir euch sagen, dass wir noch nie im Sommer im Süden auch nur eine Gasflasche leer hatten. Und wir reden da von drei bis vier Wochen Urlaub. Im hohen Norden sieht das schon ganz anders aus. Da sind auch zwei 11-Kilo-Flaschen nach vier Wochen leer geworden. Im Winter ist das völlig anders. Bei nachts minus 20 Grad hatten wir in den Alpen nach vier Tagen zwei 11-Kilo-Flaschen durchgenudelt. Wenn ihr selbst ein wenig kalkulieren wollt, die Tabellen findet ihr auf Womo.blog. Ich verlinke euch den Artikel. Zum Abschluss noch eine Buchempfehlung. Petra Lob und Martin Klug haben sich mit dem Thema Überwintern mit dem Wohnmobil ab in den Süden befasst. Solltet ihr also vorhaben, die grauen Wintertage in Deutschland mit sonnigem Urlaubsfeeling im Süden zu tauschen, dann gibt dieses Buch euch Hilfestellung. Und das richtet sich nun nicht mehr nur an Rentner und Pensionäre, sondern ist dank Homeoffice ja auch für den einen oder anderen Heimarbeiter möglich. Die beiden Autoren schildern dabei ihre eigenen Erfahrungen. Kein Kompendium mit allen Stellplätzen dieser Welt, eher eine Anleitung, was man alles bedenken sollte, wenn man längere Zeit im Ausland verweilt. Manches erscheint trivial, anderes wie Krankenversicherung, Medikamente sind ein wirklich wichtiger Hinweis. Oder Wäsche, Waschen, Stromanschluss, Gasversorgung, Internet. Und zum Schluss könnt ihr euch noch an den Erfahrungen ganz unterschiedlicher Menschen erfreuen. Da sind junge und alte und auch eine alleinfahrende Frau dabei. Alles sehr, sehr spannend. Das Buch kommt aus dem Bruckmann Verlag, überwintern mit dem Wohnmobil, ab in den Süden, Link im Text oder auf womo.blog. Nadja, was hat dir wieder am besten gefallen? Ich bin ganz begeistert von der Omnia-Tasche, weil endlich haben wir alles beisammen in einer schönen Tasche, die auch noch toll aussieht. Ups. Die Ultraqua haben wir schon geraume Zeit. Den Schraubenzieher habe ich schon in den Himmel gelobt. Nein, ich finde die Selbstbauidee von Peter am besten. Das kann man leicht selber machen und macht es so den Dieben zumindest ein wenig schwerer. Wir sind wieder am Ende angekommen. Danke fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat der Clip gefallen. Dann gebt uns ein Like, abonniert natürlich unseren Kanal und besucht uns auf womo.blog. Da warten viele Produkttests, Selbstbauanleitungen und Reiseberichte auf euch. Und na klar, schreibt uns einen Kommentar, diskutiert mit uns. Wir freuen uns über jede Mail. Ich hoffe, es hat euch wieder gefallen. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.